Das Schöne an meinem Beruf ist, dass ich gehe nicht in die Arbeit, sondern ich sehe meinen Beruf eher als das, was ich gerne mache und ich verbinde jetzt das mit der Arbeit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man so etwas gefunden hat, dass man sagt, man arbeitet gerne und dann stellt sich der Erfolg auch von selbst ein.